Herzlich Willkommen zu TTT mit dem Sascha, dem Marvin und dem Habib Auf dem Map gehen rum Der schlechteste Traitor der Welt, letzte Folge, erinnern Sie uns Mach Saktionen, die wer gesehen habe Da muss er selber lachen, guck mal hinter mir ist die unheilige Kuh Hat der ein Baby, hast du ein Baby da anscheinend, hä? Schieß doch mal, schieß doch mal Alter, ich kann da, boah Schieß doch mal Marvin, Marvin, wieso schießt du nicht? Schieß doch mal Oh du Wichser, der hatte wirklich, der hatte wirklich so einen Spaß Nein, wer, er schieße doch Oh, bist du ein Kackerhaufen Ach, boom Ich wollte Püsten nehmen und kommt dann auf einmal die Sniper kackt und dann irgendwie verkackt What? What a round Time to Deshalb, wenn dann, wenn Marvin, das ist auffällig, du hättest schießen müssen, irgendwie mit einer anderen Waffe Ja, soll er noch kurz sechs hören, aber für eine hingucken Ich wollte dich ertöten, aber es war das erste Mal, dass ich einen Baby-Launcher ausprobiert habe Siehste, das ist die Kacke, dass man Granaten vorher werfen kann Dann rein theoretisch kann das sein, wenn du, ähm, vor Beginn irgendwie eine Insta wirfst oder so, dass jemand da genau drinsteht, dann direkt low ist Yes, that's true Oh nein, nicht schon wieder, lass Nein, ich will ja weg, ich will ja weg, Alter, ich hänge weg Okay, 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 du wirst schon mal nicht Nein, ich war's nicht Bist du sicher, dass der das ist, warum ist der das denn? Ja, warum? Kalo Ey, euher, ernst, nein? Nein, Mann, das war die, nein, Mann, das ist die Insta, die da ist, Marvin, hör auf! Okay Das ist ne Insta, lol Ich hab noch ne Explosion gesehen Das war die Insta, die hab ich vor der Runde dahin geworfen Danni, lag nicht mehr Oh nein, Alter, er wird in den Disco geworfen Das war Habib, hallo auf Habib Eigentlich mach man da auf so ner Map nicht, oder? Nee, eigentlich ist das Kalo Eigentlich haben wir gesagt auf der Map Also, ich bin dafür Aber der wusste es nicht Okay, sorry Hey, lol Lol Hat er Pech, ey Ja Ja Ja, ich weiß Ja, Marvin Ja, ich bin, äh Ja, aber ich kann's verstehen, weil ich das auch Das ist asozial auf der Map, weil du da wirklich durchsterben kannst Richtig, ich warte erstmal, Leute, der andere muss mich beschützen Ich beschütze hier gar keinen Warum nimmst du den mit, willst du den Ich hab ihn schon runtergeworfen, Mann Ja, aber bringt's doch gar nicht, Alter, als wenn den einer revised Doch, Mann Er ist eigentlich ein reichenvergewaltiger, wir wissen es doch alle Ein Negrophiler Genau Hast du was gegen Negros? Was zur Hölle? Negrophil, hallo? Es gefällt mir nicht, zu schn... Okay, ich bin runter Ja, wenn ich sterbe, dann ist es Sascha Der ist nicht Wenn Sascha stirbt, dann bin ich es Ganz einfach Und wenn keiner von uns stirbt, dann ist es Danny Dann sterben wir wahrscheinlich beide, also Wird schwierig Bei mir wird schon irgendetwas explodiert Okay, Sascha Boah, bin ich schlecht Alter Aber er ist so schlecht Der erste Hit hat einfach nicht connected Oh mein Gott Sascha, übrigens so Der ist nicht tot So, kurz geguckt Der steht nicht bei Missing in Action Ne, hab ich nicht Ne Hab ich echt nicht Kannst du nach... Also kannst du ja sehen, aber Ich dachte mir einfach so, der labert eh nur scheiße Weil ich hätte ja sonst... Ich hätte ja sonst... Äh... gehört Boah, Alter, und als Traitor taug ich überhaupt nichts mehr Äh... Ich glaube, wie gesagt... Es ist keine Bewegung Ich stehe mehr auf Teams Das geben wir mich einfach schon, man Ich auch, das gehen jetzt Okay, wenn du das sagst, heißt, dass du bist für der Traitor Warum so hat er vorhin auch gesagt? Junge, der war letztendlich einmal Traitor Doch, die letzte Runde, und da war ja schon recht Ich hab' ja schon recht So... Aber nein, ich bin kein Schilder, genau Wer läuft dann die Schubladen, Danny, ne? Na, ich bin ein Schublader Äh... Ich bin ein Schokolade Ich hab' daneben geschossen, keiner ist What the fuck, die Frage ist, wollte du dann nehmen Schließung aus auszusehen, dann auch aufsicht Guck jetzt auch, ah... Ich würde da nicht reinlaufen Siehste? Du bist so dumm, Habib, ne? Wegen dem krieg ich jetzt wahrscheinlich wieder Minus-Karma-Punkte Weil du die ganze Zeit in meiner Insel läufst Toe-Tipp-O, Human schießt auf mich Ja, Danny ist es Was, nein? Na, was, nein? Nein! Er ist auf dem Dach hier oben Nein! Hör auf! Hör auf! Hilfe! Er hat mit dem Babyload schon geschossen Hilfe! Das vor der Nigger... Oh, sorry Was auch bei der Nigger? Fuck, ich kann nichts tun Ich bin tot Aimbot Fuck Ja, Aimbot, definitiv Ja, also das hab ich am besten getötet Ja, ich kann vor allem nichts mehr machen Ich steh in einer Ecke, weil ich... Und Martin hat alles verballert, was ich den Hansen Mit meiner Galilax Mit meiner Galilax Mit meiner Galilax keine Chance mehr Galil Das ist scheiße Hast du Aua, Wehwehchen? Nein, Marvin, ich hab ne Hutsch 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 Ne Hutsch Ne Hutsch Ja, 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 wir wissen schon Bescheid Ne Hutsch Mann Ey, 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 ganz ruhig Muss aufpassen Ich hab letztes Mal schon mal, als ich die Idee gespielt hab Jemanden außerdem den Handy verpasst mit sowas Hab ich, hab ich, hab ich stand da gerade einfach mal so 5 Sekunden einfach so, ich weiß nicht, ob der im Traitor Shop war, aber... Ich werf nur Disco nach oben Komm, Vertrauens-Test Vertrau mir, bleib stehen, bleib stehen, Vertrauens-Test Guck Moment, die musst nur explodieren Moment, Alter, wenn ich explodiere die Scheiße denn Wo seid ihr Jungs? Hä, wo ist die... hä? Die ist nach unten geflogen, aber da ist meine Wo seid ihr Jungs? Pass auf Oh fuck AAH Ich hab üblich nur ne Smoke geworfen Smoke weed, ey, guck mal Ey, wo ist Sascha? Ich glaub nur immer, dass es Habib ist Warum nicht? Ey, guck mal, ich hab'n Babylautsch Standes da gerade so verdächtig, aber... Mabel, ich hab'n Babylautsch Ja, sorry Ich hab' da meine Waffe gesucht, Mann Ich hab' mein Riffle-Card verloren Tch, Riffle Meine Riffle Riffle Wo ist Sascha überhaupt? Wir drei stehen hier oben Meine Riffle-Chips Meine Riffle-Chips Ich hab' euch alle im Auge AAH AAH Ich riffle da rein! Mabel, geh weg! Nein, lauf nicht da runter, lauf! Aber knapp Habib, wolltest du mich gerade im Smoke töten? Nein, ich wollte dich erschrecken Ja, ja Du hiffst den Smoke denn und kommst dann heimlich hochgetrappelt, ne? Kevin trappelt Ach Gott, mein Pilzchen Wenn ich Traitor bin, dann bin ich nie so offens Hochgetrappelt Worte Hey! Die Frage ist, warum hast du das jetzt getan, weil du Traitor bist? Mann, ey, hoff! Ja, ja Jetzt hab' ich die Idee gereist Ja, und trifft trotzdem nicht Wenn einer mir auf die Nerven geht, dann wird der gespürte Stern Ja, ich würde da weggehen, da liegt ne Disco in der Mitte Ups Fieb da weg von der Mitte Elektro-Töte? Ja Ach, ist eigentlich nicht schön, wenn Sascha nicht da ist Ja, genau, dann könnt ihr euch nämlich schön gegenseitig killen, ihr Arschwecher Persönlich glaubst du da aufschließt, hat der Traitors oder dass er eben nicht ist? Hä, what the fuck? Ach stimmt, was kann man nicht kümmern Jeder Motherfucker Wo ist der denn? Ich hab Angst Der ist doch scheißegal, was soll er machen? Warte, warte, mach das Damage Wenn der uns jetzt irgendwie wegsnipet oder so? Ja, Atombom oder was? Ich hab'n Melan-Launcher Ich hab'n Melan-Launcher und kill euch da Jo, ich hab'n Schaden bekommen Ey, ich weiß nicht Der würde jetzt nicht gewesen sein Der würde jetzt nicht gewesen sein Der würde jetzt nicht gewesen sein Na du Oh, sorry, sorry, sorry Ich wollte die Waffe wechseln, aber dann war das schon weg und dann hab' ich geschossen Sorry, ehrlich Jo, kein Problem Okay, hier brennt alles Bö, motherfucker, bö, motherfucker Wer ist noch im Leben? Alle Alle Schlaukopf Guck du, guck doch, du bist der Traitor, du würdest das sehen, wenn jemand Missing Connection ist Ich bin nicht Traitor Äh, ich bin nicht Traitor, sag mir eigentlich, du bist nicht Marvin, hör auf damit, ich wär' ich für deine Kette nicht mehr runtergekommen Das war so verlockend Wo seid ihr, Jungs? Äh, der läuft weg von uns und sagt, wo wir sind Hä? Achst du? What the f- Oh mein Gott, effektiv Ich bin runtergefallen, okay Okay, 1,25 noch für den Traitor, wenn er jetzt keinen killt Das ist hier oben in der Ecke Äh, Marvin, ich vertraue dir nicht, das ist das schon klar Der Traitor ist heute aber Zeit, Alter Warum das nicht? Ja, warum sollte ich? Oh, Danny Ich weiß, das war süß Vielleicht seht ihr, wer ist ein Madelon-Schein und dann fliege ich Weg, bitte Ihr lauft auf jeden Fall irgendwo oben, Alter, ich hör' das Marvin und ich laufen hier oben rum Ja Marvin geht aber gerade weg von mir Ja, weil du ne Shotgun hast und nicht ne Snifer Und wenn du mich dann wechst nix, dann kann ich nicht Hallo Hallo, Habib Habib, schieß mit der Waffe Warum? Nicht auf mich ziehen, du Drecksack Schieß, Habib Habib, schieß Ich seh, ich seh jetzt nicht Schöchleinig ab Schieß mit der Schieß Ich glaub nicht, das ist das scheiße Okay, Aua Der schießt auf mich Lol, Habib Kannst du welchen Babylauncher gehabt, weißt du? Ist Habib tot? Nein, ne? Nein, nein, nein Oh mein Was ist das so dumm? Das war so ein Face Ich wusste du böses Lol Mann, hör doch auf, Marvin Ich wollte was voll cooles machen Ich Jo, ich vergesse ständig Das meine, ähm Das meine, ähm Items aus dem Traitor-Shop begrenzt sind Ja klar Ne, ich kann einfach noch alles aufhören Ich hab was vergisst, ich hab mir mal als erstes einen Teleporter Oh, Teutore warum Teleporter? Das ist so gut Ich find das voll geil, Mann Der kann helfen, aber ich glaub nicht bei so wenig Aber nie, nicht jetzt irgendwie Auf so ner Map, wie Ding ist das geil, wie Hooftops Ne, geht dann auch gut Oh nein, nein nein, 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 nein Boah! Du bist jetzt schon tot! Nein, 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 fast 9 30 und nicht wieder ein 30 nun mit wir würden wir würden auch ab aber wir haben und was lecker amal amal wo es ist daneben wo es wieder daneben ob es gleich ist er tot zufrieden warte denn die will der traiter bis dann töte bitte nicht mich zuerst auf die warum nicht so wäre ich glücklich geht ein traum für mich in erfüllung dann war nicht erst gestorben zu sein von der deswegen glaube ich dass der marvin ist ehrlich gesagt nicht ist warum das ist vielleicht war das alles geplant nein das ist so was ich gesagt ne ich glaube man ist safe und wenn er sagt dass ich safe bin dann glaube ich auch nicht dass der traiter ist jemand hat geschossen ja das war den er will uns töten er ist böse was ist mit mir du bist der traiter auf jeden fall tötet euch mal gegenseitig bitte wir sind proven warte müsst ihr aufpassen bevor ihr mal gleich hochschießt crowbar battelt ihr beide los go ne ja wir sind proven warum seid ihr proven what the fuck man weil wir uns nicht töten ja weil ihr euch nicht tötet seitdem ihr zu uns proven weil wir uns lieb haben schieß habib du musst schießen habib habib schieß ich treffe nie dieses baby ich hasse dieses spiel ok ok report random kill nein das war kein random kill wenn du nicht schießt bist du selber schuld alter wir haben die schwitten mit crowbars erschlagen oh man und samt dann erst mal mit dem baby lauter vorbei hi marvin hast du mich erschrocken ach man schon wieder traitor ja warum glaube ich dir das irgendwie glaube ich ihm das ehrlich das hat mir so angehört oh mein gott glaubt mir glaubt dass er war jetzt glaubt mich nicht ich wollte das so hochwerfen und werfen den marvin voll auf den kopf voll auf den kopf ich möchte auch Discos haben oh nein nein keine smokes so los upload 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 oh ich wird angeschossen ja muss Sascha das ja sein weil Marvin und ich schießt ja ja macht Sinn ihr kleinen hässlichen Kinder ja ich hab ne shotgun aber ok wir sind beide hier oben okay wenn du jetzt offen nur wer schießt auf mich er hat keiner geschossen er hat Rennung im Räumen mit einer Waffe Sascha nimmt sich schon wieder komisch ganz ehrlich ja kommkern ich hab du kleiner Wichser hallo hallo inszenario auch was noch was auch was auch was ist inszenario oder die Ticke 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 Jungen dann sagt es du weißt erst mal nicht sagen wo nein oh mein ich hab zum Alter mich hat eine Mücke gestochen am Ellenbogen alter Jukla kann sich sehen ich weiß nicht oh man alter mit seiner Diegel ja mit seiner Crowbar hier man Crowbar Alter wir haben jetzt diese Insider wir schon wieder ran will hier durch ja ja endlich geht doch so ein feuriger Abgang Sascha hast du dich angemacht ich sehe nur seine äh Dings seinen Flashlight hier seine scheiß Taschenlampe wo das war uns aber bei mir ich bin bei mir bei mir bei mir bei mir sind aber auch dann FBF Jobs lol ich hab gedacht der war im Traitershop ich dachte der meinte es ernst ich schwöre ich meinte der meinte es ernst ok ich traue dir jetzt überhaupt nicht mal an ja der meinte ich bin im Traitershop ich bin im Traitershop und der Stand der Welt ja nichts gemacht ich schwöre ich dachte der das jetzt wirklich so und dass der dazu sagt aus Spaß Mavi ja ich rede um mein Leben gerade bist runtergeflogen ich hab das gehört ja ich sage nur noch 50 HP 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 Kerkeling ja what the fuck ist das für ein Bug alter hier bei mir oh mein god HP ich nehme dich mit schwebt einfach ne Insel in meinem Gesicht nice Angst vor Danny jetzt ich konnte ihm immer gut vertrauen aber jetzt das Vertrauen ist gebrochen ohne scheiß Mavi du kannst mir eigentlich immer noch vertrauen ich schlepp grad die Leiche mit mir rum und was hat das damit zu tun ja jetzt vertraue ich dir Lenny siehste wenn ihr meint ich bin's seid ihr so geschnitten ja einer von euch beiden ich weiß was ich nicht bin ich weiß ich hab Scheiße gebaut aber ich weiß was ich bin ja dann steh dazu und bring dich um nein du bring dich um du bist nicht mehr wert zu leben alter wo seid ihr überhaupt ich bin wieder hier oben offen alter jetzt ist es denn wissen Marvin hab ich man ja hab ich man hijo alter wer hat hier geschossen sorry ich bin nicht in eurer Nähe Arschleckshaxer oh mein selb also du nimmst euch eine Leiche ganze Zeit ne Ich wundere mich schon, warum die ganze Zeit mit Habib redet, obwohl der tot ist. Diesen unwiderstehlichen Arsch. Ja. Necrophil. Jetzt stehen wir nicht dazu. Applaus, Applaus. Für diesen Arsch. Äh, wer ist hier Dingens? Wow. Einer von euch beides ist die übrigen Traitor, ne? Sonst... Ich will mich nämlich nicht umsonst verpissen. Bei mir ist Marvin. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Kein, ich trau mich nicht, ich geh. Ja, okay, hab ich kein Problem mit, ich hab Zeit. Ja, ich hab auch Zeit, das jubb mich nicht. Sonst hätt ich die schon abgeknallt gerade, das war die perfekte Gelegenheit. Ja, einer von euch beides hat keine Zeit. BAM! Habib, guck mal für mich, kommt da wer? Hey Habib, guck kommt da wer? Ja, da kommt jemand. Okay. Kein Tod. Spaß. Applaus, Applaus. Ihr beide lebt aber noch, ne? Ne, wir reden nur. So, weil wir Lust haben. Habib, guck für mich. Kommt da was? Ja, Marvin oder Danny, da habt da nimmer viel Zeit. 50 Sekunden. Ich bin's auf gar keinen Fall. 50? Ja. Ja, stimmt. 30 Sekunden. Das Lustigste wär jetzt, wenn du gewesen wärst, er weiß wie lange, Traitor. Ne, ne. Traitor, Traitor, Traitor. Irgendwer hat das mal gesagt und hat mich dafür abgeknallt und ich war innocent. Habib, kommt da wer? Overtime. Guck mal, wie du rumwippst. Hä? Was auch immer gerade passiert ist, war absolut physikalisch nicht logisch. Was denn? Ich habe, irgendeiner hat ein C4 geplaced, definitiv. Ich war's nicht. Und ich bin einfach, ich bin ganz woanders, einfach viel weiter unten. Da sind einfach Wände dazwischen und ich hab 24 HP nur noch. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay, Marvin. Es ist richtig sinnlos. Ja, der Marvin, du bist so Traitor. Warum du nicht? AHHHHH! Ich will euch nicht! Weil ich weiß, dass ich die Bombe nicht gelegt hab, Kollege. Das war ein C4, ne? Ja, das war ein C4. Aber das macht null Sinn, dass mich das so gehittet hat. Ey, ihr kleinen Lutscher, ey, verpisst euch irgendwo hin. Junge, du hast mir ganz so die Leiche gefickt. Ich hab euch die ganze Zeit gesucht, ne? Du hast gesagt, du hast kein Problem damit, wenn ich geh. Du hast ja Zeit. Du hast ja Zeit. Habib, Habib ist hier gedient, äh, gemutet. Oh, ne, nicht jetzt dann. Sorry, 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 sorry. Sorry. Ah, der ist schon wieder da. Habib, ohne Witz, auch mit deiner Leiche, ne? Geil. Hast du immer für mich geguckt, ob er kommt? Weiß ich hab, den Habib immer auch so Fenster geil. Du meinte, Habib, wie kommt der jemand? Deswegen hab ich mich gemutet. Ich wollte ja nicht, dass jemand, äh, lache. Ja, lache kann man eigentlich, das geht. Meine lache. Geh, lache vor allem. Ja, so übergehalten. Pass auf, dass ne Inzimmer wird. Aber warum? Wie? Warum was? Weil die vermutlich überlegen gerufen hat. Weil einfach, keine Ahnung, Bock mal. Ja. Bock da an. Disco. Oh, ja. Oh, ja. Äh, irgendwie, ich hab nen Hitmarker bekommen. Irgendein, da ist in die Flammen wahrscheinlich. Oh, lol. Ja, ich bin da. Hallo. Oh mein Gott. Ich werd jetzt nur die Inzimmerry hier, damit die mir nicht voll sind. Wie viele Discos kommen hier noch? Ja, ich bin aber schon bei dir. Pff. Guck. Oh, lol, alter. Holy shit. Die Inzimmerry. Alter, Hilfe! Hä? Warum krieg ich denn? Lol, ich hab damit gekriegt, weil ich in den Boden geglischt bin. Nice. Du bist ein wohnständiger Typ. Ja, ich bin, hab nicht abgehoben, halt. Hoch die Hände, Wochenende. Lol. Du gehst schon wieder hoch die Hände, Wochenende. Was denn? Nicht, nicht mich, wenn du jetzt. Ja, okay. Ja, echt. Mega mies. Wahrscheinlich denkt sich der jetzt so, ja, dann mach ich's doch halt erst. Ah! Alter, wär zu Discos hier hingebogen. Als Traitor hat man, hat man's auf dieser Welt nicht so einfach, finde ich. Okay. Ja. Warum? Keiner mag einen. Keine Ahnung, ich mag Quobers. Ich bin so gefährlich. Nein! 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 Hoch die Hände. Alter! Das war kein Ding jetzt. Junge, Habib, läuft doch nicht die ganze Zeit da rein. Ich krieg nur Hitmarker, du Scheißer. Ich krieg die ganze Zeit so ein Minus-Karma, ne? Das ist auch so ne geile Werbung da unten. Marien, du verfolgst mich die ganze Zeit. Du machst mir Angst. Das Paranoia, ich schwör. Ich lauf einfach da hinten zum Rand hin, Marien, du verfolgst mich die ganze Zeit, okay? Oh, toll. Ganz unabhängig. Juro, wir werden dann geschossen. Juri, ich war das nicht. Ja! Ich hab... Ich hab... Der Mel in Nordschach. Nein! Juri, ich war das nicht mal! Nein, du hattest auch kein Mel in Nordschach. Nein, nein, nein. Habe ich auch gar nicht gesehen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.